Wir sind an der Future Expo vom Swiss Innovation Forum in Basel. Mit mir ist jetzt der CEO Dominik Isler. Herr Isler, wie sieht denn die Zukunft aus von der Schweiz? Die Zukunft sieht gut aus, wenn wir das anschauen. Wir zeigen hier die wichtigsten Trends, die wir sehen, insbesondere in der Technologie. Sie haben es wahrscheinlich schon selber gesehen. Es ist sehr vielschichtig, was wir hier präsentieren können. Die Zukunft insbesondere, was die Forschung in der Schweiz treibt, ist wahnsinnig faszinierend und vielversprechend. Dann machen wir uns doch jetzt langsam auf den Weg zu den verschiedenen Ausstellern. Was ist denn so der Trend momentan? Robotik ist ja das, was man am meisten sieht, oder? Ja, Robotik, wir gehen jetzt gleich zum Stand nachher schauen. Robotik ist sicher ein Thema, Artificial Intelligence aber auch.